... Fünf Träume, ja und wie ist das mit dem Rolleraktik, das ist ja auch für normale Seen. Ja, eigentlich kann man diese beiden Kumpfaktien, das hat in 2015, oder ist größer, probiert es. Was ist, man macht noch was? Zubotfahrer würde ich jetzt sagen, bleibt, dass die Maschine treibt. So, eine Maschine, Sportpicks, trocken, ist die Pflichtgebühr, wo das Drehmoment des Motors in senkrechter Wind lade und die Längste dieses Flugzeuges drehen lässt. Dann kann man still den Einsatz der Stuhlbrüder verändern, so dass man sogar still steht, aber immer noch mal dieses typische, wo man es macht. Und jetzt wird sich die Wäsche, ich schätze wenigstens, wo man die Wäsche, die Wäsche, die Wäsche, die Wäsche. Oh, wie zwei Steuerbüttel mit Hauptfunktion zu verfügen. Ja, Nummer 1 ist gelandet. Der Jungemann ist jetzt noch auf der Unterluft. So, sind die Krafteier soweit, können die Krafteier jetzt gleich fahrt. Wir sagen, wir machen es dran. So, war ein Flugzeug für eine Spannweite. Ja, lagen sie mit 10 Sekunden wieder knapp daneben. 3W120, wie lange fliegst du schon? Vier Jahre schon. Dafür war es das echt gut, gibt es nichts. Das ist der Pascal Porto. Der ist aber auch im Namen, morgen habe ich mein Sechst, danke schon. So, Messerschmitt, Geschwader, Achtung. Es nähert sich ein Pult. Ihr kriegt Arbeit. Und jetzt sind die Falken. Und die geliebten Falkenmesslasten, dann weiß ich, dass wir noch mal an der Landbus drei Kettmodelle, dreimal Messerchen mit 163,80 Euro. Klein, aber hoch, wie ein Klo, kochen abzeigen. So, anrufen. Jawohl, auch hier eine perfekte Dreipunktlandung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020